Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu einer neuen Episode, einem neuen Abenteuer. Wir befinden uns in einer One-Block-Welt, aber alles ist Lego. Mit dabei ist Sorsi Molenski. Moinski! Ihr seht schon im Hintergrund, Leute, da ist ein Lego-Mond und wir sind auf einem Lego-Gras-Block. Alles ist Lego. Items, Blöcke, Mops. Der Enderdrache ist auch Lego. Das wird heftig, aber so haben wir es. Wir haben einen weiten Weg, Leute. Erstmal bauen wir diesen Block ab, um die Welt zu aktivieren. Sounds sind übrigens auch Lego, wie man uns schwer erkennen kann. So, wir haben hier ein paar Erdblöcke, die können wir hier direkt platzieren. Das ist Holz, denke ich, ne? Manchmal gar nicht so leicht zu erkennen, ey. Da haben wir einen Apfel. Okay, ein Apfel sieht normal aus. Was ist das? Eine Kiste? Alter, Junge, ey, wie cool. Das sieht krass aus. Wir haben Weizenkörner, Elina. So, das heißt, wir sollten direkt eine Farm machen, oder? Bisschen, bisschen, bisschen. Warte, wir haben ja hier Holz. Zack, Holzbretter. Ich habe eine Holzwerk, also eine Lego-Werkbank. Die sieht so aus. Alter, ey, wie cool. Oh, mein Gott. Lego-Werkbank, ey. So, jetzt machen wir uns eine Holzhacke, würde ich sagen. Wir haben Sticks, warte, wie sehen diese Sticks aus? Schwein. Ein Lego-Schwein. Wie sieht denn das Schwein aus? Oh, mein Gott. Ein Lego-Schwein, ey. Das sieht ja übercool aus. Aber ich muss ehrlich sagen, das können wir jetzt eigentlich aktuell noch nicht so gebrauchen, ne? Hier, ich habe eine Lego-Hacke. Junge, wie sieht die denn aus? Oh, mein Gott, du bist so hell, Alter. Oh, wow. Die Lego-Wagel sieht über aus. Okay. Hast du noch Erde irgendwie oder so? Na, sicher. Ich packe das hier in die Kiste lieber mal, ne? Nicht, dass das hier... Dann machen wir hier unser Weiz. Mal sehen, wie das aussieht. Oh, okay. Und jetzt? Was für ein Text. Alter. Was für ein Text. But do not forget. Was sollen wir vergessen? Äh, nicht vergessen. Keine Ahnung. If you fall, your items are gone. Ach so, wenn wir runterfallen, vernehmen wir die Items, sollte der uns sagen. Das ist ja eine klare Meile. Denkst du, wir kriegen so ein Mini-Gehege für unser Schwein hin? Na, sicher. Wenn es nicht runterfällt, dann ja. Der sieht das cool aus. Ähm, ja, okay. Aber wie sieht diese Holzbretter aus? Boah, die sehen relativ echt aus sogar. Aber auch Lego. Okay. Okay, lass mal, lass mal ein paar Tools machen. Wir machen noch Holzspitzhacke, noch Holzachst, noch Holzschaufel. Also guck mal. Wassereimer. Guck mal, wie meine Tools aussehen. Das ist eine Spitzhacke, das ist eine Axt, das ist eine Schaufel. Wow. Und wie sieht der Eimer aus? Das sieht überkrass aus. Ja, sieht mega neul aus aus. Oh yeah. Okay, warte mal. Lass jetzt mal mit Erde hier ein bisschen arbeiten. Das ist doch Erde, ne? Dann machen wir hier dem Schwein ein bisschen Platz. Ich kriege Herzen. Ben, ich habe Herzen. Ja, der Block upgradet sich. Wir sind zur Stufe Nummer 2. Wenn du eine bestimmte Anzahl an Blöcken abgebaut hast, kommen wir zur Stufe 2 und kriegen bessere Blöcke dort. Oder? Ist das jetzt was anderes? Ah ne, hier ist eine Kiste. Ah, ja, ja, ja. Das ist ein Geschenk. Was ist denn in der Kiste, ey? Guck mal, Rinder. Oh, ne Fak... Ich dachte erst, das ist ne Batterie. Ein Eichensetzling. Ah, der sieht alles so cool aus. Ne Fackel, okay. Wartet, erstmal müssen wir das hier... Ich muss doch mal ein Schwert craften, dass wir es auch noch unbedingt sehen. Wir haben jetzt Stein, glaube ich. Warte, 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 warte. Das ist alles zu viel. Ich kann das nicht so schnell. Hier ist ein Schwert jetzt. Warte. Lego-Schwert, wie cool, Alter. Oh, lol. Oh, dir wird damit so cool aus. Okay, warte, warte, warte. Ich mach nochmal kurz was. Kannst du mir mal den Eimer geben? Ja, sicher gebe ich dir den Eimer. Eimer, ich packe ihn hier mal rein, da. So, dann machen wir nämlich mal folgendes. Hier, jetzt brauche ich Erde. Leute, habt ihr eigentlich schon meine andere Katze gesehen? Passt mal auf, die müsstet ihr jetzt eigentlich sehen können. Da ist er. Ich sehe sie. Wieder, ey. Da ist er, der kleine Racker. Oh, der ist dick am fighten, Leute. Seht ihr das? Aber wir haben hier eine Mission, Leute. Wir müssen uns hier um Lego-Stuff kümmern. Wir haben ein zweites Schwein, Ben. Ich dachte, das ist ein Enderman. Das ist schon nach Enderman angehört. Das ist auch gewachsen. Okay, warte, warte. So, 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 so. Haben wir noch Erde? Wir bauen noch Erde. Ja, ich packe hier Erde rein. Wie sieht die Sonne eigentlich aus? Nee, wie sieht nicht Lego aus? Nur der Mond. Okay, wir haben jetzt hier unser Feld weitergemacht. Jetzt können wir eigentlich noch die hier auch noch anbauen. Easy, zack und zack. Jetzt haben wir des Weiteren auch unser Setzling hier für Holz, ne? Da müssten wir eigentlich, weil ich habe hier, wir müssen unsere Insel hier mal größer machen. Da können wir nämlich hier, zack, zack, zack. Und hier machen wir jetzt den Baum hin. Das sieht auch sehr geil aus, Alter, Hilfe. So, okay, jetzt machen wir so ein Gehege für die Schweine, ne? Eine Kuh, Ben. Wie sieht die Kuh aus? Alter, sieht die cool aus. Lina, wo ist die Kuh? Da hat die Kiste gespawne, ist die Kuh runtergefallen. Wer hat denn mal den Dicken hier reinzukriegen, ey? Toll, jawoll. Alter, 1A. Was ist denn der Kiste? Setzling und ein paar Apples. Okay, wir haben auch noch zwei Hühner. Vielleicht haben wir Glück und kriegen noch einen Huhn raus. Go, eins, Pech gehabt. Zwei, Pech gehabt. Verdammt. Hey, das ist ja wieder raus. Ne, doch nicht, sah nur so aus. Ein Schaf. Schaf. Alter. Damit können wir ein Bett machen. Ja, das wäre schon wichtig, ja, aber wir haben eh kein Metall. Rein mit ihm, mit dem Dicken. Schieben, 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 schieben. Jawoll, jawoll. Nice, stark. Also, ich habe Schaufel. Go. Was ist das? Achso, denke ich. Schicht. Okay, mach ich doch. Alter, jetzt geht es aber ab. Wie viele Blöcke hast du schon? Du hast 125. Achso. Wir bauen hier mal noch einen Zweiter. Oh. Huhn. Ein Huhn. Oh Gott, das Huhn sieht. Alter. Das sieht bescheuert aus. Mit ihm denn los, ey. Guck mal hier aus ihrem Loch, da kommt da so das Ei raus. Echt so. Aber du kommst auch hier rein, ey. Krieg mal das hin. Es wird ein bisschen engelt so langsam. Noch ein paar Weizenkörner, wichtig. Können wir hier so das Feld vergrößern. Zack, zack, zack. Wir pflanzen mehr. Zack, zack. Was ist ja gern, wenn wir pennen könnten, ne? Wir haben halt kein No-No-Eisen, ey. Ich sichere auch mal die ganzen Sachen hier in die Kiste. Boah, wir bräuchten mal eine Fackel. Kannst du mal hier liegen? Ich habe doch eine Fackel, Elina. Oh, ja. Eine Lego-Fogge. So kann alles hier rein in die Kiste. Eine Kuh, die können wir gebrauchen. Die guckt. Aber die ist ja groß, Elina. Das passt hier doch nicht alles rein. Sagst du doch? Okay. Schieben, schieben. Nein, sie hat sich umgedreht, die blöde Kuh. Ja. Doch, doch, doch. Das geht ja. Nee, oder? Ich kann nicht mehr schieben. Oh, nein. Ja, okay. Das wird nichts geworden. Neues Gehege. Wir haben das Gehege vergrößert. Die Massentierhaltung hat ein Ende, Freunde. Kommt raus, Tiere. Raus, ja. Oh, die haben Ei gelegt. Kommt da ein weiteres Huhn raus? Nein. Oh, ja. Nein. Oh, zwei. Zwei aus drei, Alter. Gut. Boah. Wir brauchen unbedingt einen Teppich, dass man hier chillig raus und rein kann, um durch diese nervige Tür zu müssen. Hallo, Tiere. Lassen wir mich mal kurz raus. Da muss unser Schaf mal hier aussaugen. Ja, wir müssen hier mehr da noch reinschieben, Elina. Da geht freiwillig rein. Was ist ein Ehrenbri? Die Kuh. Ja, aber die Kuh ist, glaube ich, zu dick, um durch die Tür zu passen. Kann das sein? Nee, nee. Das passt. Das passt. Und alle Hühner sind weg, Elina. Zwei Hühner sind raus. Oh nein, das war eine Kiste. Das war die Werkbank. Scheiße. Ich habe irgendwas Rotes da gerade gehabt. Jetzt guck mal. Sie haben nicht mal mehr eine Tür. Elina, wo sind die Türen? Okay, wir sind ready. Wir haben eine Menge Tiere. Weizen wächst auch. Bäume. Also, beziehungsweise, aktuell wächst ja nichts in der Nacht. Aber theoretisch. Eine neue Geschenkekiste, Bill. Oh nice, wir haben die Stage geschafft, ne? Ein Grasblock, wichtig, wichtig. Wichtig. Das heißt, den Grasblock platzieren wir dann einfach hier so relativ zentral, damit er sich ausbreiten kann. Perfekt. Macht er aber auch nicht, was Nacht ist. Also, vom Prinzip her. Perfekt. Wir haben so eine fette Insel, Alter. Zieh dir das mal rein, Elina. Willst du dir nicht die Sachen angucken? Also, die Sachen in die Kiste wieder packen? Hab ich doch. Nee, guck doch in die Kiste. Ist alles drin. Ja. Jetzt bin ich... Upgrade, Upgrade, Upgrade. Man kann auch ein paar Blöcke... Nee, man kann nichts abdauen. Oh, jetzt, Alter, Leute. Jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild. Ui, 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 ui. Endlich Eisen für ne Schere. Wir haben Phase 2. Jetzt kommen Monster. Nicht gut, aber auch nicht schlecht. Au, aui. Können uns jetzt Steintools machen? Ja, das ist wirklich strong, ja. Die will ich sehen, wie sie aussehen. Oh, Stein, okay, ja. Ich brauche 3, 6, 7, 8. Ich brauche 10. Okay, ich habe genug. Ja, komm mal auf. Kohle hast du bekommen. Kohle, nice. Drop das mal. Das sah mega cool aus. Oh, das sah wirklich cool aus. Ja. Ja. Okay, warte, ich mache einen Ofen. Ich mache einen Ofen. Alter, da muss man aber ganz genau hinluschen, dass man das erkennt. Cool. Okay. Jetzt mache ich mir... Warte, wo ist denn... Wo ist denn das denn? Oh, jetzt hier. Spitzhacke. Okay, sind halt quasi die gleichen Tools, aber einfach... Okay, verstehe ich. Das war Lapis, oder? Das war Eisen, oder? Roheisen. Ja. Tue ich in den Ofen. Ey, wieso? Alter, was denkst du, wie so ein Eisenbarren aussieht? Mega nice. Oh, no. Oh. Oh, eine Masch... Oh, die sieht bisher am krassesten aus. Die sieht am coolsten aus. Das ist eine unendliche... Alter, die sieht ja abnormal cool. Oh mein Gott. Yo, du Ehren. Ja, 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 ja. Oh Gott, ich habe sie fast runtergeschippelt. Oh, 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 oh. Das ist... Ah, ja, 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 ja. Ja. Guck mal, so sieht Kohle aus, wenn es nicht abgebaut ist. Ja, ja, das ist nice. Alter, hier ist ein Eisenbarren, Edina. Boah. Was, der clean aus. Boah, der sieht so cool aus. Boah. So, wir brauchen Ditte. Wir brauchen Ditte. Und wir brauchen Ditte. Sonst habe ich alle Tools, oder? Eins, äh, zwei, drei, vier. Genau. Ditte kann alles weg. Ich habe mal Weizenkorn bekommen, kann ich auch noch. Und pflanzen. Buff. Eine Insel mit zwei mehr. Doch, echt 100 Jahre, bis der Kram wächst, ne? Gras hat sich auch schon ausgebreitet. Auch sehr nice. Ich habe noch ein Rohreisen, sehe ich gerade. Ringer. Boom. Wir sind so die Speedrunner. Wenn wir dann irgendwann Netherite Tools haben, weiß ich, wie schnell das geht. Da geht das. Ja. Bam, 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 bam. Oh, der ist, oh, jo, wie er aussieht. Wie er aussieht. Der sieht über cool aus. Der hat sogar so, auch so Lücken. Lücken. Ja. Guck doch da rechts im Gesicht, hat der so eine Lücke. Ah, ja, ja. Leider nichts gedroppt, ey, aber cool. Wir müssen halt aufpassen, sonst können halt eigentlich auch Creeper kommen, ne, gleich. Ja, ja, und das könnte hier ziemlich alles, was wir haben, wegspringen. Ja, ja, wir müssen da gleich mal ein Sicherheitsareal um das Ding bauen. Wobei ich nicht glaube, dass ein, weißt du, in dieser Stage kann schon ein Creeper kommen? Ja. Warte, stopp, 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 was war das für ein Block? Du hast ja irgendwas Specialmäßiges bekommen. Granit oder Antisid. Ach, Antisid. Ja, wie macht man das denn jetzt hier? Warte, dann nimm doch dieses Antisid. Wie viel haben wir da vorn von Antisid, Granit? Bums? Wir haben von Granit 2 und von Antisid, das hast du, keine Ahnung. Dann lass uns doch einfach so ein Sicherheits-, das zumindest ein bisschen safe ist, weißt du? Ja, hast recht. Dann haben wir zumindest nicht das Problem, dass der Creeper, also der wird trotzdem sprengen natürlich, aber jetzt nicht direkt alles. Warte mal, wir können doch eine Schere jetzt machen, das wäre auch mal wichtig. Ich mache aus den beiden ersten Eisen eine Schere, ja? Was ist das denn? Alter, guck dir das mal an, Elina. Das ist ein Nugget. Lol, das sieht aus wie ein Knopf. Ja, wie so ein Thaler halt. Und der Schere sieht normal in Minecraft-mäßig aus, okay. Also so mehr oder weniger. Äh, zack, Wolle. Zack, Wolle. Scheiße, das war ein Fehler. Hast du gemacht? Ich habe die Pilzkuh geschickt, sonst ist es normale Kuh geworden. Scheiße. Ich wusste nicht mal, dass es geht. Oh, das sieht cool aus. Let me see. Oh, wow. Es sieht ja ein bisschen hell aus, man erkennt es schlecht, aber es ist übelgeil. Nice, ey. Was hast du denn hier für eine Riesenwand? Ja, sicher ist sicher. Wow. Alter, eine Hasenarmee. Eine Hasenarmee. Ja, Mann, bis auf der eine. Doch, der kommt hinterher. Hey. Erstens, die kommen da, glaube ich, Hasen kommen da, denke ich, raus. Wegen diesem Teppich, aber es ist so wild. Kiste. Wow. Variety Chest. Ja, okay. Mal ein bisschen Kohle. Ein bisschen Kohle. Oh, eine Pilzkuh. Wichtig, wichtig, wichtig. Komm weg, Kollege. Die jetzt da reinzukriegen, wird schwierig, ne? Dann muss der das Holz eigentlich dahinter das Stein abbauen. Wie willst du die da reinkriegen, Gina? Kein Thema. Oh, oh, oh. Ja, kein Thema, Mann. Alter, klug. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe. Aber ja, der Baum ist gewachsen. Oh, oh, sieht der schön aus, dem Baum, den Baum, den fällen wir nicht. Der ist ja schön. Den fällen wir nicht. Der sieht ja schick aus, ey. Nie wieder Setzlinge. Boah. Nein. Es ist passiert, aber es hat tatsächlich funktioniert, ne? Ja, ohne Witz, das hätte ich nicht gedacht. Die Explosion war früher. Oh, gewachsen, live auf Kamera. Wir bauen unser erstes Haus, unser vorübergehendes. Ey, lass mal eine Tür. Ich weiß gar nicht, wie Türen aussehen auch. Ja, clever. Nein! Oh, die, du hast alles verloren jetzt. Hast du viel Stuff dabei gehabt? Nein, das war nicht so viel. Okay. Eine Tür. Waddu. Mann, was für blöd ist. Boah, guck mal, die ist auch schick. Boah, die ist ja mega hübsch. Oh, Leute, sind die riesig. Wir sind echt voll riesig. Hast du gesehen? Ja, ja, ist mir auch gerade drauf gefallen. Richtig, die Baseballschläger. Nina, das ist doch für die erste Nacht. Wir sind mitten in der Nacht, ey. Also bist du fertig, bis wir sind tot, ey. Was? Wieso? Ich mach schon mal den Parkett-Boden hier, wie sich das für eine schöne Wohnung hat. Also nicht, dass Wohnungen, die nicht Parkett haben, die schön wären. Das wollte ich jetzt einfach nicht sagen, aber Parkett, das machen wir da nichts. Guck mal, wie die an der Wand aussehen. Wieso habe ich sechs Fackeln? Ich habe viel zu viele Fackeln gerade getrafted. Leute, die sehen ja lustig aus. Ich hoffe sehr, euch hat Lego OneBlock gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn ja. Abonniert den Kanal, um eure Folgen zu sehen. Bis morgen, euer Benson. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.